Heyo Leute, da bin ich wieder, euer LinkoLP und ja, wir machen weiter mit meinem vollen Magen. Ja, ich hab an was gegessen. Markus denke ich auch, oder? Mhm. 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 Okay. Mhm. Ja, okay, äh, ich komm hier aber nicht weiter, also ich seh mir die komplette Lösung an, bis gleich. Heyo Leute, da bin ich wieder. Das war's mit diesem Cut. Und ja, ich hab irgendwo herausgefunden, dass wir den Linken ganz nach links schieben sollen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, komm jetzt runter, Blöckchen. Okay, das tun wir hier hin und das andere, das tun wir da hin. So, hab ich mir auch gedacht, das ist mir auch aufzufallen. Genau, hab ich mir jetzt grad irgendwie... Ja, okay, okay, das schaff ich doch, das schaff ich doch auch. Nein, das ist schwer, Mann. Okay, drüberjumpen, und? Komm, da schaffen wir. Zack. Nein, das soll nicht passieren, Mann. Okay, das war relativ leicht, also ich hab mir das gerade angesehen. Und ja. Und ja. 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 Willkommen bei eurem Commander Krieger. Ey. Das ist sein Sprung. Copyright. Tja. Der Commander hat kein Patent drauf angelegt. Das war sein Fehler. Okay, die Leiter haben wir mal nach unten gekickt. Ja, machen wir mal was. Gut, ähm... Oh, Mann, ich pisst das irgendwie an. Diese Rätsel, die werden immer schwerer, Mann. Bis gleich. Leute, da bin ich wieder... Ich hab aus Zufall gerade bemerkt, also ich wollte mir die Komplettlösung ansehen. Hab halt das Ding nach rechts getan, also das da. Das Ding hab ich mal nach rechts tun lassen, bin hochgerittert, die Leiter. Und plötzlich ging ein Stein nach oben. Also der Stein, der uns den Weg da blockiert hat. Dann hab ich gedacht, ja, ich weiß es. Hoch, 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 hoch. Okay, scheiße, müssen wir hier entziehen. Nein, tötte mich nicht. Fast gestorben. Mal wieder. Aber naja, nur fast. Badabam. Okay, es geht weiter nach unten. Badabam. Badabam. Man merkt irgendwie, dass ich keinen Bock mehr auf Ditzelab. Mhm. 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 Okay, wieder hoch. Nein, ich will da hoch. Hat nicht geklappt, man. Los, 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 ja. Da sind wir. Okay. Genoch geschafft, ich dachte, das Teil zerquetscht uns. Wow, so stehen hast ich, wie es letzte. Eine Maschinenpistole. Okay, das weiß ich. Das ist leicht. Den Trick kenn ich. Schon beim letzten Mal. Und weiter geht's nach rechts. Oh, ich dachte schon. Was zur Hölle? Die Gravitation. Moonwalk. Roll. Entweder hat er Metallschuh an oder... Metallschuh. Mich wünscht sich, dass er stirbt beim Aufprall. Ja, aber er ist schon mal beim Aufprall gestorben. Ach so, jetzt kapier ich das Rätsel. Okay, langsam kapier ich die immer mehr. Also ihr seht, kein einziger Cut. Das heißt, ich hab nicht einmal nachgeguckt. Boah, das ist echt so scheiße, Mann. Oh, okay, das ist schon ein bisschen kniffliger. Da muss ich nachdenken. Und ich hasse nachdenken. Nein, wenn du Spaß. Ja, toll, jetzt. Wie komme ich jetzt nach oben? Oh Gott. Ich hab so wenig Bock auf dir zu leuten. Es tut mir leid. Ich will einfach das Spiel durchgehen und dann mit dem neuen Brett. Und rette doch mal. Ja, hast du nie bitte Idee, Mann. Also, wir tun die Scheiße hier. Was zur Hölle. Wieder ein Wald? Das Merkwürdige ist ja dran, dass der Biomwechsel. Alter, ich komme nicht drauf klar, wie ist dieses Draxel aufgebaut. Hey, ich denke, ich hab ne Idee, wie ich es denn bekommen hab. Da war vorher doch ne Kiste, oder? Oder ehe ich mich da? Mach's bis. Schmetterling. Sweet. Oh Mann, jetzt komme ich nicht weiter, oder was? Was soll der Scheiß, Mann? Warte mal, ich überleg mal ein bisschen. Also, zwei Gravitationsschalter. Schalter. Schalter. Puh. Ich hab kein Bock auf Hitze. Bis gleich. Ciao. Da bin ich wieder, Leute. Ich weiß echt nicht, dass Hitze, das ist so ungenau beschrieben, die Scheiße. Ich hab noch überlebt, ich hab noch überlebt. Was ist das? Was ist das? Warum ist da ne Schnur? Warum ist da Heu? Warum ist da Heu? Mann. Ist nur so'n Spruch. Boah, Mann. Ne, oder? Muss jetzt wieder... Ich... Ich... Ich bring mich um, wenn es ehrlich ist, wenn ich Dings wieder von neu machen muss, alles. Okay, das ist nicht viel, aber trotzdem. Arbeit ist Arbeit. Ein bisschen brutal. Hast du dich ganz schön geschaltet, Markus? Nein. Hat sich nämlich so angehört, so. Wadam. Also ich will heute noch das Spiel durchgehen. Dann noch viel Spaß. Ja, du wirst auch dabei sein müssen, mein Freund. Also es dauert nicht lang. Es dauert nicht lang. Was? Ne. Also und auf einmal, ich dattest du wieder an denselben Wald. Na klar. Blender war wie... Denn da vorne war ja so'n bisschen Wald. Ihr weht, wenn ihr versteht. Ich glaube, das ist, glaube ich, einer der letzten Rätsel. Ich hoffe mal. Das pisst mich nämlich echt an. Diese ganzen scheiß Rätsel. Und warum zur Hölle ist Gras auf der Decke? Ähm, für euch ist jetzt auch... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, auf der Decke. Das soll halt optisch darstellen. Und eine gute Optik geben. Ach. Weil du auch auf der Decke wirst. Weil du auch da lang gehst. Vielleicht wollen wir auch... Ähm. Alter, ich komm nicht drauf klar. Ich denk, ich hab einen Plan. Ich mach jetzt einen kurzen Cut. Bis gleich, Alter. Das geht gar nicht, Mann. Ich seh mir jetzt die Display an. Bis gleich. Ciao. Ciao.